Hallo, meine lieben Freunde aus Gate. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bulletstorm. Das kann ich mir allerdings auch vorstellen. Ja, wir spielen bei der Bulletstorm. Mit unserer schönen Shotgun. Da fehlt wirklich einer. Okay. Oh, neuer Bordschuss. Wir greifen nicht, welchen Zweck das hier erfüllt. Ach, komm schon. Willst du mir wirklich erzählen, du hättest keine Lust hier mit allen dieser Mekathons rumzuwählen? Jo. Alles klar runter. Nicht gut. Holy mo... Oh. Das kam unerwartet. Okay, hier ist Muni. Schön. Da ist ein Gegner. Okay, wir können, wie es aussieht, wirklich alles erkunden. Ups. Wo ist der andere? Da. Tschüssi. Okay, und jetzt? Einfach weiter. Okay. Alles klar. Ähm, ja. Wir können hier, wie es aussieht, wirklich alles erkunden, was wir wollen. Das ist ganz nice. Also, beziehungsweise jeden Winkel hier. Wir können hier überall lang gehen. Ey. Kugeln, bringen's nicht. Oh. Ist er tot? Ne, ist er noch nicht. Okay, Moment. Ich muss den, glaube ich, da reinkicken. Ich muss mal kurz ein wenig in Deckung gehen. Den mal kurz herziehen. Geh weg. Hier auch. Okay. Den hätten wir. Okay, die hätten wir alle. Alles klar. Oben ohne? What? Alles klar. Ähm. Ja, komm. Mal kurz ein bisschen hier mitspielen. Weil der da hinten mir doch schon ein bisschen auf den Sack geht. Äh, so. Wo ist er? Da. Haben wir... Haben wir ihn nicht getroffen? Okay, jetzt ist er tot. Alles klar. Haben wir hier noch irgendwas? Okay, da kommen wir nicht durch. Nein. Alles klar, okay. Dann gleich mal weiter. Erstmal wieder die Shotgun rausholen. Schön nice Waffe. Hey. Okay. Geh weg. Hier ist was. Oh. Ist das schon... Ach, da. Lag hier noch eine? Nee. Okay. Was zur Hölle? Ihr wollt mich wohl verarschen? Oh. Los, komm. Weiter. Können wir den irgendwie besiegen? Safe irgendwie, ne? Der hatte so... Rote Stellen an seinem Körper. Das ist der schlimmste Familienurlaub aller Zeiten. Ja. Äh, leider so rote Stellen an seinem Körper. Ich denke, die müssen wir gleich irgendwie abschießen oder so. Wenn wir gleich gegen ihn fighten sollten. Ja, doch. Kann ich mir vorstellen. Aber halt erst wirklich nur, wenn wir wirklich gegen ihn fighten sollten. Aber ich glaube, das müssen wir. Oder? Ne, scheint nicht so. Oder zumindest jetzt nicht. Später wahrscheinlich. Später safe. So, hier haben wir... Kapazität könnten wir upgraden. Ausrüsten ersetzt linke Waffe und rechte Waffe. Tippe V an, um die Waffe zu wechseln oder drücke und halte V um die Waffen aus... Okay. Äh, machen wir es mal erstmal nicht. Könnten uns hier Detonation kaufen. Ja, das wäre immer ganz nice. Kaufen wir mal zwei, vorsichtshalber. Kaufen wir hier nochmal das Kapazitäts-Upgrade. Money haben wir da noch genug. Hier auch. Eigentlich haben wir überall ganz gut Money dabei. Achso, das kostet nicht mal was. Oh. Äh, okay. Ach, wir können nur drei Waffen mit uns führen, oder wie? Oh, ah, oh, ah. Okay. That's interesting. Er ist mal wieder besoffen. Achso, da kann ich wahrscheinlich auch einfach hin... Ne, da kann ich nicht hingehen. Gib mir die Flasche. Möchtest du da irgendwie hin? Digga, wie lange bist du denn... Danke. Hä? Ah, wir können die... Oh, wir müssen die... Oh, ah, mh... Wir müssen die nicht mehr trinken. Wir können die auch einfach zerstören. Das ist gut zu wissen. Dann muss ich die nicht alle saufen. Dann habe ich nicht mehr diese verkackte Sicht. Okay, einfach das ganze Magazin raufböllern. Komm, stirb. Danke. Okay. Hier und... Vorsprinden. Ey. Oh. Und da. Ey. Okay. Oh, ich liebe Shotguns, Leute. Ich liebe Shotguns. Shotguns sind einfach so nice. Herrliche Waffen. Einfach herrliche Waffen. Oh, nee. Okay. Ach, was ist das? Kann ich irgendwie... Hier geht's raus. Einmal nochmal raufböller ein bisschen. Kann ich die nicht auch besiegen? Safe kann ich die nicht besiegen, oder? Nein! Auf 12 Uhr! Okay. Boah. Logik dahinter ist unbestreitbar. Ah. Das war ein guter Shot. So, hier kann ich nicht runter. Okay. Da oben sind noch welche. Ach, scheiße. Den einen habe ich nicht erwischt. Schade. Schade, schade. Okay. Haben wir hier hinterher noch irgendwas? Nee. Was? Achso. Treten. Ehe. Okay. Bup. Bereit halten Rechtsblick. Aber nein. Scheint nicht so. Ich hoffe, du hast dich amüsiert. Uh. Uh. Sieh nur. Papa hat eine wasch-echte Roboter-Steuerung gefunden. Wie abgefahren. Der Scheiß ist noch cooler, als er aussieht. Na schön. Los geht's. Oh, wie cool. Okay, mit C bewege ich ihn. Und mit Linksblick lasse ich ihn schießen. Alles klar. Das ist geil. Das ist echt, echt geil. Yeah, yeah, yeah. Siehst du den Ausdruck auf ihren Gesichtern? Lauf, lauf. Ich bringe euch den Tod durch die Hände eines Kinderspielzeugs. Bin da oben. Bin da unten. Bin da oben irgendwo. Okay, kurz Steffen. Da. Was? Ah, okay. Hinter dir. Und da. Da. Hinter dir. Lass sie weg. Kannst du ihn noch mit C angreifen? Ja, kann ich. Wui. Alle besiegt? Hier ist alles ruhig. Okay, das waren alle. Jetzt. Gehen wir weiter. Ah. Ich bin hier irgendwie. Und jetzt? Ah. Hier lang. Okay. Gut, das macht er jetzt alles also. Dass alles auftreten, etc. Da oben. Da sind noch welche. Okay, eigentlich kann ich komplett Oh, da, 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 schieß Nice Da, weiter Ich kann eigentlich nur dagegen schicken Oh, da oben Na, auf dem Boden ist auch noch einer Oh Komm, schieß Hui So geht das Komm schon Ah Oh, schön, unser eigener Roboter Das ist voll cool Voll cool Das ist ein eigenes Schoßtierchen Ja, okay Da Jetzt mal da Danke Kannst du dich nicht einfach auch zerstören hier? Okay Iiih Ach da Alles klar Bitte die Schnauze halten Okay Noch irgendwo Ich habe einen Hubschrauber Okay, da oben Hä, ach so Da kommen noch mehr Das habe ich nicht gezielt gerade Obwohl ich rechts geht gedrückt hatte Okay Triff den nochmal Danke Und ja Und Jetzt auch noch wieder hinter uns Oder was Dein Ernst Triff nicht Gleich sterb ich Okay Alles klar Alles fehlt hier? Ich glaube schon Nein Robo Kumpel Er hat uns toll gedient Ja Ich wollte ihn Tapsi nennen Tapsi Oh 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 Die Größe zählt In G-Fan Tapsi Tapsi Ich werde dich vermissen Oh Ja Vielleicht mögen sie es ja einfach Vielleicht mögen sie auch nicht Was aus ihm rauskommt Bei der Armee Muss da drin echt irgendwas abartig gefährliches lauern Also gehen wir runter Logisch Ob wir da sind Tapsi Oh Wir werden ihn vermissen oder? Ja Ich werde ihn vermissen Was habt ihr denn für dumme Sprüche? Alter What Da kann man doch auch safe So 500 Punkte oder so bekommen, oder? Bei diesen Aktionen, wo man halt hingucken muss Ja, bisher habe ich es noch nicht geschafft Weil ich wahrscheinlich nicht zu schnell reagiere Oder nicht schnell genug reagiere Obwohl ich schon, finde ich, relativ schnell reagieren Reagiere in den meisten Fällen Ja, musst du wahrscheinlich so instant drücken oder so Ja, wirklich instant Ja, gleich Warte Okay Okay Wui Alles klar Ich bin vor dir, Alter Ich bin vor dir, Alter Wir haben schon ein Rettungsschiffes Serrano unterwegs Wenn wir einen Weg an Bord finden wollen, brauchen wir sie, um uns zu hinzuführen Wir brauchen sie lebendig Die Waffen nutze ich eh nicht, leider Kaufen wir uns hier mal ein paar Magazine Hier brauchen wir unbedingt ein paar Ladungen Nochmal einmal Magazin, sonst haben wir eigentlich ganz gut was da Und hier kaufen wir auch nochmal ein bisschen Magazin Und dann war es das eigentlich Das reicht Den Rest der Punkte können wir erst verschwaren So, ich warte auf das Zeichen unten rechts, das jetzt steht Checkpoint Weil ich den Part gern beenden würde Wie sieht's bei dir aus? Die Schmerzen sind gewaltig Die AI-Logik Versucht beständig die Kontrolle zu übernehmen Das musst du verhindern Reiß dich einfach zusammen Ah, hier kommt gleich der Safe-Checkpoint Ah, Checkpoint, nice Gut, Leute Ich würde sagen, das war's erstmal mit diesem Part Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich hoffe, ihr Ihr hattet auch so viel Spaß mit Taps wie ich Und ich werde ihn vermissen Wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder Haut da rein